Wie kann ich in Microsoft Teams, GIFs, Memes oder die Emoji-Bibliothek verwenden? Ich beginne im Register Beiträge eines Kanals eine neue Unterhaltung. Unter dem Texteingabefeld finde ich zum Beispiel die Option animierte GIFs einzufügen. Zudem finde ich Aufkleber und Memes. Schön ist, dass ich hier meine eigenen Memes erstellen kann. Was viele nicht wissen ist, dass es in Teams eine Emoji-Bibliothek gibt, die ich mit einem Shortcut aufrufen kann. Hierzu muss ich nur einen Text oder Buchstaben mit einem vorangestellten Doppelpunkt eingeben und schon erhalte ich die Suchergebnisse. Aktuell muss ich englische Begriffe eingeben. Ich wünsche euch viel Spaß damit.